Hallo an alle, ich bin's Tastina und heute habe ich, ich habe vor kurzem ein Paket bekommen. Tut mir leid, ich bin etwas noch erkältet und daher ist meine Stimme etwas kratzig, aber wie ihr vielleicht auf Instagram schon gesehen habt, habe ich bereits das erste Türchen geöffnet und jetzt möchte ich dazu dann noch euch den Adventskalender komplett zeigen. Auf jeden Fall finde ich es super, dass es sehr stabil verpackt war und es kam innerhalb von zwei Werktagen bei mir an, allerdings nicht bei mir zu Hause, weil ich in der Arbeit war, aber ich konnte es ganz locker bei einer Packstation abholen. Das fand ich schon mal sehr cool und bei der Bestellung ist auch immer ein Gutschein enthalten. Meiner ist jetzt hier 15% bei der nächsten Bestellung. Genau, so nochmal sieht er aus. Er ist wirklich ziemlich groß und hat einen schönen weihnachtlichen Motiv, was mir auch wirklich sehr gefällt, weil es ist ja natürlich ein Adventskalender. Es gibt zwei Arten, ich habe den mit Süßigkeiten bestellt, der kostet dann 10 Euro mehr. Also der Kalender ohne Schokolade kostet dann 29,95 Euro und mit kostet er dann 10 Euro mehr. Da es sich um einen Fotopuzzle-Kalender handelt, habe ich ein Foto erstellt, eine Collage, die kann man online auf fotopuzzle.de erstellen. Da kann man verschiedene Collagen, auch vorgefertigte Collagen auswählen. Und ich habe mich, was ihr danach später sehen werdet, für eine Collage entschieden, in dem vier Bilder so längs nebeneinander angezeigt werden. Und genau, dann öffne ich mal nochmal das erste Türchen. Wenn ihr es sehen könnt, ist es total süß und auch groß. Genau, das erste habe ich ja bereits geöffnet. Es hat so eine Schutzpackung, damit die Puzzleteile auch nicht beschädigt werden. Ich finde, dass die Puzzleteile wirklich sehr stabil sind. Also die haben eine wirklich gescheite Dicke, sind auch wirklich sehr stabil. Also es ist nicht so, dass die direkt beim ersten Mal irgendwie dann knicken oder sowas. Oder wenn man halt dann dreckige Hände oder irgendwie hat, dass die jetzt da dreckig werden. Oder fettige Hände. Das wäre dann das Süße dabei. Ein Stück Schokolade. Genau, das wäre dann das erste Türchen. Ich werde dann jetzt insgesamt alle aufmachen und das Puzzle zusammenbauen. Alles klar. Let's go! Ich erspare, jedes Türchen einzeln zu zeigen. Ich werde die öffnen und jedes Mal euch ein Foto präsentieren von jedem Tag. Genau, und werde dann die Puzzle direkt zusammenstecken. Was ihr jetzt bereits beim ersten Tag sehen könnt, finde ich jetzt sehr cool, dass direkt alle Puzzleteile zusammenpassen. Das heißt nicht, dass man irgendwo warten muss, die irgendwie beiseite legen muss. Genau, das ist wirklich super cool, dass die direkt zusammenpassen. Was man jetzt nach mehreren Tagen erkennen kann, ist ein spezielles Muster in dem Puzzle vorhanden. Es befinden sich jeden Tag acht Puzzleteile, die wirklich aufeinander und passend jedes Mal in dem Kalender versteckt sind. Was ich dabei noch zu erwähnen ist, dass das Puzzle 200 Teile hat. Das heißt für solche Leute, die nicht sehr geduldig sind oder nicht sehr gut puzzeln können wie ich, sind diese 200 Teile schon eine kleine Herausforderung, aber sehr machbar. Jetzt sind wir mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dort sind dann die restlichen Puzzleteile versteckt. Diesmal sind es natürlich mehr wie acht Stück. Sieht man eindeutig. Und die kleinen Geschenke finde ich ja wirklich drollig. Die kleinen Süßigkeiten. Das ist wirklich super süß. Ich bin jetzt bei dem allerletzten Teil angelangt. Und ich kriege es jetzt gerade nicht rein. So. Und ich bin fertig mit meinem Fotopuzzle. Und so schaut die Kollektion meiner Cosplays aus. Und ich bin wirklich von der Qualität, auch von der Schärfe, wirklich sehr begeistert. Also das ist wirklich super cool. Etwas schade finde ich es natürlich, dass es ein paar Mal meine Augen anschneidet. Wie zum Beispiel bei meiner Cinderella oder bei meiner Misa. Allerdings ist es natürlich etwas, was man nicht ändern kann. Also hier bei Belle ist es ziemlich gut geworden. Bei Gotel ist allerdings das Bild etwas zu dunkel. Weil da es ja wirklich Dark Art ist, sieht man wirklich das Gesicht eher schlecht. Also wenn man dunkle Farben verwendet, sollte man vielleicht darauf achten, sie etwas heller zu machen. Da sie wirklich sonst sehr dunkel ausschauen. Weil man halt jetzt gar keine Textur der Haare erkennen kann. Genau. Aber sonst finde ich, ich bin wirklich sehr begeistert. Ich bin total sprachlos, dass die Qualität bei einem Puzzle so gut sein kann. Und das hänge ich mir dann auch demnächst auf. Hier sind meine ganzen Süßigkeiten. Werde ich danach noch essen. Super. Klasse. Unsere Anmerkung. Also ich bin wirklich froh, dass ich verschiedenfarbige Bilder habe. Weil das Puzzeln wirklich für mich als Nicht-Puzzle-Mensch wirklich sehr schwer ist. Also ich muss die ganze Zeit probieren und das und jenes. Deswegen bin ich auch froh drüber. Also verwendet viele bunte, verschiedene Farben. Weiterhin eine kleine Anmerkung. Ich habe einen 20-Euro-Gutschein vom Fotopuzzle erhalten und durfte mir daher einen Teil des Adventskalenders sponsoren lassen. Den Rest habe ich selbst bezahlt, sowie den Versand von 5 Euro. Ebenfalls möchte ich nochmal betonen, dass meine Meinung hier meine ehrliche Meinung ist und dass ich dazu stehe, was ich sage. Ebenfalls freue ich mich auch, dass ihr mein Video angeschaut habt. Und freut mich auch, wenn ihr gerne kommentiert oder auch ein Like da lässt. Vielen Dank, danke für die Zusammenarbeit an Fotopuzzle und ich würde mich sehr freuen, falls es mal wieder dazu kommen würde.